jetzt warten wir oder jetzt ist eigentlich scheiße 20 minuten ich glaube 20 ja ich glaube ja ich auch haben wir noch munition schläger sind ausgelöst also es würde sich lohnen hier zu warten wollen wir uns hier vorne ans tor setzen aber weiß ich nicht ob tor so geil ist jetzt wirklich ja aber dann spawnen ja eh nicht hier vorne am tor hier waren auch noch nie welche du meinst dass wir den spawnen verhindern mit unserer anwesenheit oder zum beispiel also beim einloggen hast du da immer sind weisen geht mir mal ein bisschen blut wie sieht denn die temperatur aus euch ich hab noch ein plus sollten wir mal ein feuerchen machen war ja dann beim stein dann oder was solche also ich brauche keins brauchst du eins ich bin blau ja ja doch ich hab ja nix vermüssigt ach scheiße ich war hier feuer ja ich kann nix bauen man irgendwas aus diesen klasse dieser verbände er hat gesagt er hat noch ein plus kommen wir haben jetzt auch mein plus weg dann kommt mal rüber ein holz scheit habe ich noch ich habe ein stöckchen ich kann jetzt reinlegen also ich habe noch fünf brennholz 67 kein holz ja das ist gut ich lege hier mal zwei hin ich kann hier gerne einstecken braucht noch einer an energy drink um gesundheit drunter hoch zu machen einen der müde macht einen der müde macht nehm ich gern einen der müde macht nehm ich gern wirst du auch nicht wirst du auch nicht aber jetzt nochmal 20 minuten warten habe ich auch keine lust ne auf gar keinen fall 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 ja das ist nicht blöd das ist so klein ne das ist invernal bei dem bc ja Ich hab Maske drauf, ich bin soweit. Das ist erstmal cool, dass es... Ey, jetzt ist die Tasche... Ja, das würde ich. Das ist ja gar nicht so viel, was hier bleiben muss. Das ist ja nur Shirt und Hose. Und Stiefel. Brauche ich davon noch irgendwas? Glaube nicht. Das hat zur Not irgendwer anders, ne? Gut. Seid ihr soweit? Nein, nein. Ich arbeite noch dran, aber gleich. Na gut, hier steht halt jetzt auch gerade die Hälfte des Servers, ne? Das ist normal. Hier steht gerade die Hälfte des Servers. Ja. Ich hab meinen ganzen Scheiß sogar mit. Markus, hast du Vitaminpillen, hast du hier? Ja, ich glaub, ich hab. Falls das Lust weg ist. So Leute, der Filter, ne? Wollen wir jetzt mal so langsam? Ja, ich hab die Maske noch nicht auf, oder was? Ja klar. Komplett. Warum das denn? Wir sind los. Ja, dann los jetzt. Zack. Jetzt los und rein. Nochmal links, oder was? Was ist denn, Nekro? Da steht hier noch. Ich komm nach. Hey, ich schaff das auch nicht alles mitzunehmen hier, die Kacke. Ja, lass doch fliegen. Ich bin noch hier. Ich verdiene mich nicht, Nekro. Nee, war alles gut. Aber... Mal fliegen. Aber was? Man weiß doch, wie es ist. Aber wir brauchen eine Flinder. Nee, gerade. Hätten wir gleich von Anfang an machen sollen. Ja. So soll sie eigentlich. Langsam rum eiern. Ich seh grad niemanden da drüben. Vielleicht sterben die ja auch da durch. Da hinten irgendwo zwischen... Warte, war das so ne Flocke? Ich weiß nicht. War ne Flocke. Ich geh mal auf die Brücke. Mach das. Doch, da unten rennt einer. Ja. Hab ich auch grad gesehen. Hier vorne. Weg. Okay. Ich geh mal auf die Brücke. Mach das. Ja. Hab ich auch grad gesehen. Hier vorne. Okay. Sonst sieht frei aus. Ja, ich seh sonst auch erstmal nix weit. Doch, da ist einer. Ja, ein Milli-Zombie. Ganz gut. Ja. Ja, aber lass hier keine Granate werfen. Weg. Sehr gut. Geht frei aus. Geht frei aus. Dekro ist auch da. Ich auch. Ich guck zum Container nach vorne. Mh. Mh. Spannende drinnen an Waffen. Nimm doch für Dings noch eine mit. Hier für Markus. Mh. 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 Ja, ich warte mal kurz. Die Motti geht hoch. Ich musste halt schon gleich Filter wechseln. Ich habe nur noch ein Drittel auf meinen ersten Filter. Ihr wartet bitte immer noch. Ich habe noch einen. Ich habe auch noch einen, aber... Wer weiß, wie lange wir hier noch warten. Ich wollte ihn eine Weile halten. Okay. Weiter, weiter. Geht sofort weiter. Hinter euch! Hinter euch! Hinter euch! Da, links vor mir. Hinter uns! Hinter uns auch! Hinter uns! Ja, ich sehe es. Da, links vor mir hoch. Da, links vor mir hoch. Meine Waffe schießt der hier. Noch ein Dicker. Komm, Dicker! Noll! Ich bin erst mal recht im Arsch. Okay, Moment. Oh, no! Das ist gerade Heidi spritzt. Ja, das ist ruiniert. Ja, das ist ruiniert. Da musst du raus. Ja, ich bin auch nicht. Ich hatte eine Störung, ey. Ja, das ist eben der Mist mit der scheiß ABC-Klamotte. Ah, zu dritt wird schon schwer, oder, Nico? Immer heiter, immer weiter. Wer ist denn jetzt für mich hier oben auf dem Container? Ach, Jackie. Jackie, pass auf, da unten. Ach, nee, das ist Dings. Komm. Jackie, was war hier kaputt? Warte mal, kann ich hier hoch? Ja, die Brustklammend. Die Jacke? Nee, kommt weiter hier. Warte mal ganz kurz. Ich bin unten. Neck, muss das mal verbinden. Ich hab vier Katzen. Wer ist hier unten? Necro? Ja. Ermutiert. Ist das Haus das Ende? No, alles gut. Warniert, kommst du runter? Ja, genau. Ja, komm mal her. Ich gucke nur kurz. Nicht luten, nur die Kiste. Okay, okay, das ist cool. Nur die Kiste, ermutiert. Das ist cool. Ich weiß auch, die einzige, die ich hab, ne? Also, kaputzeitig noch und Schuhe. Es waren welche im Dings hier. Er hat so ruhig geguckt. Äh, in dem Schrank. Nico, nicht so schnell, nicht so schnell. Ja, gut, ich wollte jetzt nicht zugeben, weißt du das? Ja. Weg ist frei. Ich hör was, ich hör was, Nico. Kommt was, kommt was, kommt was, kommt was. Willst du ab und zuern ziehen, Markus? Ah, nee, alles gut, ich bleib mit außen. Geh du mal rein. Ja. Du hast die dickere Wache, um die Ammonition. Komm jetzt runter zu euch. Ich mach da, wir sind schon vorne. Ich bin 8 Meter hinter dir. Ich hab Sound in rechts. Ja, ich auch. Ja, ich auch, da ist auch was. Ich bin nicht da. Ganz kurz. Er wird hier nicht durch den Stein kommen. Geh weiter. So, mach mal einfach mal Filter, oder geht? Alles gut. Okay. Ich kann höchstens schnuppen kriegen. Ja, na gut. Oh, jetzt wird's spannend. Ja, Jackie kommt doch gleich wieder rein. Oben, auf dem Dings. Dings, oben. Zweck. Da ist mittendrinne. Seht ihr den? Mutant. Ja, sieh hier. Der mit Zunge hier. Wie heißt das Ding noch? Scientist sehr, sehr, sehr böse. Genau. Der rennt durch, durch euch. Und hat sehr viel Leben. Also da muss ich ja alle drauf halten. Ja, da muss Björn jetzt das auf und auf und auf kommen hier. Wo ist der? Dann wechsle ich nochmal das Magazin. Auf jeden Fall. Also der braucht sehr viel. Ich muss mal ganz schön meine Klamotten gucken. Alles gut soweit. Wo man noch ein Mutant und ein normaler Zunge. Gut, ich hab auch gewechselt. Gehen wir alle auf den Scientist? Was ist der Scientist? Wo steht der? Der die Zunge draußen. Der ist da die Zunge rausstrengt. Da rechts. Jetzt ist er verschwunden. Jetzt ist er schwer zu sehen. Der G9%. Ist der da? Der gelbe oder was? Ja, los. Rauch da. 3, 2, 1, los. Schießt keiner. Ich krieg mal, kommst du eins. Ich hab beim 0. Hab ich hier gesehen, dass hier ein 0 negativ ist. Weiß noch nicht von weh. Ich glaub nicht so. Wie, alles gut. Ich hab mal jetzt... Da ist noch mehr von denen. Da sind auch welche von denen. Der backt keine Tür fest. Sehr gut. Das ist gut so. Jetzt ist er schwer. Weg. Der erste. Da waren aber noch mehr. Ja, nice. Aber ich seh' ich fast nicht mehr. Ich auch nicht. Doch, da vorne rechts vom Dings. Da ist auch noch ein Dicker. Oh ja. Also oben gekippt. Ein Zeit ist der Dicke. Irgendwo links von uns, links von uns. Da ist einer in der Wand. Dicker Pist. Okay, der liegt da auch. Ich muss nachladen. Irgendwo fühlt er ist hier fast leer. Meiner. Meiner. Hä? Ich muss mal checken, wie der hier. Heyo. Wie hast du das gemacht? Ähm, Markus war so gut. Oh, mein Filter ist glaube ich leer. Nee, ich hatte eine. Links von uns, Zombie. Nee, doch nicht. Sorry. Sorry. Absteigen. Sorry. Sorry. Ja, ich muss Filter wechseln. Hier ist ein Zombie drin. Zombie, Achtung. Okay. Oh, oh. Das war eine Flash. Das war eine Flash. Ja, das war eine Flash irgendwo im Norden, oder? Ja. Ja. Ich kenne mich hier gar nicht so aus. Was ist denn hier auf dem Friedhof? Ich würde gerne noch ein Magazin nachladen. Eko, Alter, wechsel den Filter. Bei denen habe ich ausgenutzt, ja? Ja, ich denke auch. Hier, Jackie, guck mal hier hinten. Yo. Also, mehr verstecken kann man es auch nicht, oder? Nö. Kleine Risse. Ich bin jetzt mit 5 und 6 drin. Oh, die würde ich nehmen. Ich brauche auch ein bisschen für 5 und 6. Oh, die ist für mich weg. Okay, das nicht. Da ist ein 30er Mac drin. Nee. In der Waffe? Achso. Ja. Gehen wir den Weg weiter? Geh runter. Also, die Offizierskabine habe ich gesehen. Da war nichts drin. Ja, das Ding ist, wir müssen die Kiste... Ich muss auch gerade mal gucken, wo die Kiste ist. Ich glaube, hinten in dem Turm, oder? Da müssen wir mal hin. Hinter dir. Hinter euch. Hinter euch. Hinter euch. Der da so weit ist. Da ist noch was. Vorne, Turm, komm. Hinter den anderen. Hinter den anderen, ja. Dick vom Turm. Komm. Liegt. Liegt. Kommt noch was. Ein Scientist, glaube ich. Ich sehe nichts. Das ist ein... Liegt. Hier links in dem Metallteil in der Mitte, da ist noch eine Küste. Ja, da ist eine Küste. Wir müssen in die Bühne gucken, oder was? Irgendeiner ist da oben gerade hochgelaufen. Ist da was drin im Turm? Eko ist drin. Ich. Unten ist sie nicht. Da ist vielleicht noch eine Kampfmaske, das kann ich ja. Also hier oben ist noch 556er, kann die vielleicht noch jemand tun. Und hier unten ist noch eine Kiste zu öffnen. Kann man nicht nach der Küste gucken. Wenn ich hier noch mal nach oben gehe. Die sind Pillen dritte. Ja, ich komme mal hoch. Da war auch nichts drin. Ne. Äh, wie ist es denn? Du musst auch einen Waffenständer. Oh, ich höre Geräusche. Ich höre auch Geräusche aus dem Norden. Aber es klingt nach Zombies. Ne, das klingt nach Clicker. Ich höre Clicker. Schritte nach oben. Haben wir die Käste erdn? Ich muss die Witter komplett. Nein. Wir haben nicht die große. Hier ist so eine Dings-Waffenständer. Was mit der AUG? Ich bin hier Richtung Norden. Kann jemand meinen Pupsi mitdecken? Ja, warte. Ich komme wieder zurück. Hier ist nur ein Vagorn. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Wo ist ein Lekro? Wer ist da hinten? Die kommt. Vielleicht oben auf dem Turm die Kiste? Auf dem Tier ist Dinger habe ich durchgeguckt. Ich will bloß bei hier reingucken. Ja, aber wir müssen die Kiste hier halt finden, weißt du? Hier ist ein Zombie. Du hast es jetzt auch noch nicht gefunden. Wer schießt? Ich habe auf den Zombie geschossen. Das sind auch noch mehr. Ja, ich sehe sie aber nicht. Nicht erschrecken, links. Ja, da ist sie rechts im Gebüsch. Ja, die sind ja irgendwo irgendwo im Stein. Ja, im Stein, ja. Ich meine bloß den Blattsieger da. Oder sind die etwa da hinten bei der anderen? Das heißt, hier ist nix. Hier, Nekro, hier in der Richtung, oder was? Das kann auch sein, da hat ein Platz kommt. Das ist der Weg. Ich muss gestehen, ich weiß auch nicht. Also die Hauptkiste weiß ich nicht, wo der Sven den gesetzt hat. Oh, hier ist die Container und auf die Container. Hier oben geht ein Weg lang. Haben wir noch was vergessen? Na ja, die andere Seite. Was mit dieser Satellitenschüssel da oben? Könnten sie da stehen? Auf dem Turm? Das Giftgas ist schon wieder weg. Kann aber sein, dass gleich wieder runterkommen ist. Ich habe schon ein Bierhose auf jeden Fall. Ich nicht. Giftgas ist noch nicht weg. Ich sehe hier draußen noch grüne Wolke. Ich wollte gerade sagen, es ist noch nicht weg. In dem Haus, warte mal hier, in dem Haus, war hier schon einer drinnen? Ja. Ich bin mal durch. Okay. Ja, ist noch. Oben auf dem Turm? Wir müssen ein bisschen weiter. Wenn der Filter bei mir durch ist, dann war es das. Ja. Hier ist nichts, ne? Kommt zu dir. Wo seid ihr? Der Neko. Wo seid ihr? An dem zu. Okay. Am Parcouren. Da müssen wir weiter. Ein Platz ist noch da vorne. Ich will höher hinaus. Achso, da ist noch einer. Der einen Platz. Wo? Sag mal. Sag mal, wo? Hier. Rechts von dir bin ich. Wer ist hier unten bei mir? Naja. Aber was siehst du da oben? Becky und ich bin hinter dir. Ich will hoch erstmal auf die Steine. Aber ich brauche ein bisschen Ausdauer. Und irgendwo ist ein Filter fertig. Ich bin ganz... Bin jetzt oben. Gewittert bald da auch. Wir müssen hier auch dann Gas machen jetzt, ne? Ich bin auch schon weg. Vor euch ist nichts. Erstmal. Ja, das wird wieder zwischen uns vor. Links. Links ist irgendwie eine Deko oder so. Ein Hund kann das sein. Ja, 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 ja. Ja, okay. Ist nur Deko, alles klar. Irgendwo klickt was. Hier. Bei mir. Liegt. Kommt noch was hier unten. Vom Berg. Zwei Stück. Schieß drauf. Bei mir. Bei dir. Ja, wo der Baum oben ist. Wo der unten ist. Ja. Da, Richtung Birke. Richtung OMT. Genau. Da sind auch hier zwei. Zwei unten hier. Ja. 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 Weg runter. Kommst du? Ja. Ich bin hinter euch. Ja. Hier müsstest du jetzt nochmal lautlich was abgehen. Ja, ich würde bloß, dass die Kiste abgeht. Ja, würde ich auch gerne. Da, hinter uns. Grüß. Achtung. Von hinten. Wow. Leko kommt? Leko kommt. Himmel liegt. Oh, hier kommt hier aufs Dach. Ich habe eine Störung. Okay, mein Bein ist kaputt. Da liegt! Wir müssen jetzt klicken, Jack! Kommt noch ein Dicker! Hinter euch, Björn, Jacky! Hinter euch! Scheiße, Scheiße, Jacky, schieß mal! Oh, Scheiße! Du bist mir vorgelaufen! Deine liegt! Oh Gott, Scheiße! Ja, ich kann... Ich hab ein Problem! Ich hab ein Problem! Bin wieder da! Der Wege ist weg! Der Kleine noch! Der Kleine noch! Der Kleine noch! Der Stagger war! Den braucht ihr nur einschießen! Alter! Hat jemand... Ich atme schwer! Kann ich das nicht zerschneiden? Doch, mit Angst! Kannst du Holz klein machen! Dann pack meinen raus! Hab ich! Mir geht's gar nicht so gut, Leute! Tut mir leid, tut mir leid! Ich hab Dings hier! Kochsalz! Komm rein hier in die Hütte! Nee, brauche ich nicht! Alles gut! Alle Süd, alle Süd, alle Süd! Ich hab klein gemacht! Bei mir leckt's heute! Wie die Hölle! Wenn du fertig hast... Hast du hier? Kleinleischt? Ja, ja! Licht, Licht, Licht! Dann bring ich die Neko hoch! Die Grüne sind gleich nicht weg! Neko, Neko! Leg dich mal hin! Leg dich mal hin! Und roll runter! So, hier, komm her! Das kriegst du! Und das kriegst du! Viel Spaß damit! Danke! Kacke, 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 Alter! Bleib locker! Schön locker frei! Du hast die Recksexte, Säbäckchenutorin! Nur nicht dritten! Tschüss! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.